Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es Frau Lemmy und ich auf Salavo in ein CC-Team-Training. Und zwar ist heute Sonntag und gestern waren wir bei der Prüfung. Das Video habt ihr letzte Woche gesehen, das kann ich euch hier oben verlinken. Und ja, wir schauen mal, wie fit er ist oder über die Hälfte ich nicht mehr mehr. Und da es gestern so gut gegangen ist, habe ich mir vorgenommen, heute auch mal ein paar hoher Einsprungen zu nehmen, weil das Ziel ist eigentlich im Herbst 2021 in Bern ein CC-B1 zu starten. Und ja, für das müssen wir im Geländnis noch ein bisschen mutiger werden und das nehmen wir heute in Angriff. Und ja, wir schauen mal, wie fit er ist. Und ja, wir schauen mal, wie fit er ist. Und ja, wir schauen mal, wie fit er ist. und ja, wir schauen mal, wie fit er ist. Und ja, wir schauen mal, wie fit er ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.